Es gibt natürlich auch den heiligen Trinker und den heiligen Raucher, so Art Märtyrern braucht man nicht unbedingt im positiven Sinne, dass man das sieht, sondern man ist krank oder man verliert seinen Job, man gibt alles Geld aus dafür oder man kann keine Karriere sogar machen. Oder die Behörde will dann jemand beschuldigen, aber man bekommt vielleicht einen kleinen Stief oder was. Kann schon sein. Natürlich betrifft das auch Verfolgungswahn und so weiter. Da könnte man trotzdem einfach befehlen. Das ist natürlich nicht gut. Also, die 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 Untertitelung des ZDF, 2020